Na gut, wir müssen uns durchplappen. Wir hätten gerne Licht, wir hätten gerne Waha, wir hätten gerne Helden tun. Wir hätten gerne Schild, wir hätten gerne Segen, wir hätten gerne Sch... Falsch. Schutz von Magie. So, jetzt rein da. Die Söldner-Gilde ist für jeden Schwertschwinger ein Zuhause, der sich als Bandit zu ungeschickt anstellt. Das sagt schon mal vieles über die Bewohner aus. Es werden also nicht unbedingt Paladin-ähnliche Menschen sein. Die Stacheln sehen auch sehr sympathisch aus, aber gut, rein da. Und gleich Feinde. Feinde, die mit Stäben Tod prügeln. Ja, okay. Bye, bye. Wie kommen wir jetzt rein? Da. Das ist kein sehr guter Todesraum. Und es war definitiv eine gute Idee, das jetzt zu machen. Ich denke, wenn wir erst nach Nicken gegangen wären und da die ganzen Erfahrungspunkte bekommen hätten und zaubern, was weiß ich, wäre das hier absolut lächerlich gewesen. Ah gut, nicht unterschätzen. Fehlt hier noch irgendwo was? Auch so eine Zelle. Was zur Hölle war das? Achso, du hast geschossen, ne? Wow. Wow, okay. Okay. Das sind die ganz starken Rittertypen, die wir auch bei Lord Mark and Swilla hatten. Und der hält tierisch viel aus. Wow, wow, wow. Ja, ja, ja. Ich habe nichts gesagt. Ihr seid ein ganz übler Haufen und... Gleich tot, okay. Oh. Ist... Georgon ist kaputt. Zaubern. Du zauberst bitte Bewahrung. Wir gehen ein bisschen zurück. Du, kaputt. Du bist gleich tot, aber wir auch. Raus hier. Der Anfang war sehr, sehr irreführend. Wir würden gerne schlafen. Und dann würden wir gerne... Also wir könnten es nochmal probieren. Und versuchen den ein wenigstens umzubringen. Weil er ist ja nur ein starker dabei und der Rest ist nicht so stark. Aber die Rüstungen sind... Alle heil, okay. Gucken wir mal. Schild hätten wir noch gerne. Das hätten wir noch gerne. Das hätten wir noch gerne. Dann werde ich auch Eile sprechen dieses Mal. Schutz von Magie. Auch wenn da keine Magie dabei waren. So. Genau. Eile sprechen wir noch. Und dann versuchen wir den einen umzubringen. Und hoffen dann, dass das der einzig... Hartnäckige Typ da war. Und die sind wieder zurück in ihrem Raum. Okay. So. Du bist nicht hartnäckig. Du bist der Hartnäckige. Und du bist wieder voll. Also. Du stirbst jetzt. Gleich. Hoffentlich mal. Du bist einer der Leichten. Du musst sterben. Verdammt. Au. Ja. So. Tot. Der ist grün. Der war blau. Also rot sind die stärksten. Ne. Es wird so nix. Und da ist noch ein roter Ne. Ich glaube. Wir sollten hier raus. Wir könnten es eventuell schaffen. Mit ganz viel rein und raus laufen und so. Aber das... Ne. Da. Habe ich nicht so die Lust drauf. Da habe ich nicht so die Lust drauf. Wir kneifen den Schwanz ein. Verpieseln uns. Und... Kommen später wieder. Das heißt ebenfalls, dass wir jetzt nach Negan gehen. Was wahrscheinlich noch schwieriger ist. Wo wir dann auch wieder zurück müssen. Aber dann sei es halt rum. Das ist halt der nächste Schritt, wo wir uns verbessern könnten. Außer ich habe hier eine Aufgabe übersehen. Was natürlich auch gut sein könnte. Finden die drei Statuen. Ne. Wir haben erst eine gefunden. Finden die drei Gemälde. Haben wir erst eine gefunden. Und alle 13 Turniere. Das war es bisher. Wobei wir auch nicht überall hundertprozentig geguckt haben, ob noch eine Quest zu haben ist oder nicht. Wir könnten einen Richter auswählen. Und uns damit quasi entscheiden, ob wir für gut oder böse kämpfen wollen. Hm. Das würde auf jeden Fall einen ganz schönen Sprung vorwärts bedeuten. Denn die Mission wird garantiert sehr viel Erwahrungsbote bringen. Unsere Helden werden Zugang zu anderen Gebieten bekommen. Wir haben ja schon von einer Stadt in den Wolken gehört. Und von einer Hölle im Boden. Also der Stadt der Untoten. Da wird es bestimmt gute Ausrüstung geben. Hm. Aber dann müssten wir uns halt entscheiden. Und so wirklich hundertprozentig sicher bin ich mir noch nicht. Also wir versuchen zwar immer das Gute zu tun, aber... Ach, wir haben es geschafft neutral zu werden. Lang genug hat es gedauert. Weil wir kommen irgendwie immer wieder ins Negative. Und ich glaube, dass wir gerade einfach so eine Söldnergilde eingebrochen sind und da rumgeballert haben, wird auch nicht so positiv angemerkt werden. Also ja, es sind ein bisschen bessere Ganoven, aber... Ne? Das gehört sich trotzdem nicht so wirklich. Dann müssen wir nur noch mal wieder. Okay, warten wir. Warten wir noch länger. Wir müssen jetzt drücken nach Armondale. Dann gehen wir nicht hin. Dann schauen wir da weiter. Weil ich würde die Entscheidung doch ganz gerne so lange wie möglich aufzögern. Armondale klingt gut. So, Süden. Das wäre da lang. Einfach über den Berg rüber. Hops. So. Genau. Und dann müssen wir wieder in das Teil der Hügelgräber. Können wir das wirklich brauchen? Was ist das? Hör, dann machen wir Schuhe hier oben. Also wieder ins Teil der Hügelgräber. Dann in die Steinstadt. Wo wir ja vorhin recht häufig drum herumgelaufen sind. Und da in die Minen, wo wir vor langer Zeit waren und die Troglypen ausgelöscht haben, da gab es einen Tunnel. Und da wollten wir nicht reingehen. Aus sehr, sehr gutem Grund. Wahrscheinlich sollten wir immer noch nicht reingehen, aber ein Versuch ist es wert. Im Notfall laufen wir halt einfach schreiend durch. Versuchen nicht getroffen zu werden. Steinstadt. Vorher, was brauchen wir noch? Und was wollen wir da überhaupt? Wir wollen Wassermagie Meister werden. Das gab es nur in Nigen, richtig? Ich gucke mal ganz kurz die Lehrer durch. Neu, 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 neu. Neu, 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 neu. Meister der Wassermagie. Südwesten Nigen, okay. Es gab noch ein zweites, das im Nigen-Bereich war. Großmeister der Kondition. Ja, das brauchen wir nicht. Großmeister des Entschärfens brauchen wir auch nicht. Meister der Alchemie, das brauchen wir auf jeden Fall. Also ja, Alchemie und Wassermagie. Haben wir denn schon das Buchstadtportal? Ja, haben wir. Es ist nur die Frage, ob wir damit auch wieder zurückkommen. Weil erst ab dem Großmeisterrang kann man sich aussuchen, in welche Stadt man teleportiert. Vorher wird man einfach in die nächstbeste geworfen. Das heißt, der Rückweg könnte sich als interessant gestalten. Also wenn wir jetzt einmal durchlaufen, das nur mit Ach und Krach schaffen, da den Meisterrang bekommen, dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Nee. Aber gut, das werden wir dann sehen, wenn wir da sind. Unsere Notfall können wir versuchen, da noch ein, zwei Level zu machen, um das Ganze dann wieder einfacher zu gestalten. Weil die Lehrer da müssten auf jeden Fall gut genug sein. Also die Ausbilder von den Ausbildungscentern, wo man in die Stufe aufsteigt. Und auch die Geschäfte müssen sehr schön sein. Also Rüstungen, Kinkerlitzchen und sowas kaufen. Haben wir schon ein Buch für Verzaubern? Nee. Damit könnten wir nur vor allem ein bisschen Geld machen. Naja, muss warten. Stipp. 3,76 Schaden auf so einen Geist. Das fällt gar nicht mehr so ins Gewicht der Säure-Strahl bei Talana. Sehr schön. Hier rein. Dann hätten wir gerne Fackellicht. Und wir hätten gerne etwas Steinsuppe. Hier. Was kann ich Steinsuppe? Es gibt nichts Besseres. Mhm. Hier oben war das, glaube ich. Da war irgend so was Tempelartiges. Geh weg. Geh da weg. Aus dem Weg. Komm schon. Aus dem Weg. Geh da weg. Aus dem Weg. Hallo. Also. Okay. Hast du es nicht anders gewollt? Ich springe über dich rüber, so klein bist du. Ja, hier geht es runter. Schauen wir mal, ob es jetzt schon ein Jahr her ist, dass wir hier aufgeräumt haben. Aber ich bezweifle es. Sonst wäre schon das Auge angesprungen und der Gefahrenindikator bei unseren Helden eingegangen. Also Nackenhaare. Hier rum. Dann müsste ich hier schon der Tunnel sein. Nein. Zwei Gänge weiter laut Karte. Hier ist der Tunnel noch nicht in Schluck. Okay. Wir hätten gerne unsere ganzen Wuffs. Steinstadt verlassen. Zwerge anscheinend. Was... Eigentlich keinen Sinn hat. Wow. Frauen in Roben und Gox. Wir mischen uns da erstmal nicht ein. Sonst treffen wir irgendeinen davon und dann sind die auf uns sauer. Das wäre nicht so schön. Also wir greifen nur an, wenn wir garantiert wissen, dass nur Gegner vor uns sind. Und nebenbei sammeln wir ein bisschen Gold. Aber sieht eh gut aus für unsere Fraktion. Ich weiß nicht, was das ist. Eine Spruchrolle. Karte sagt... Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Wir würden gerne nach Norden. Das wäre hier. Oh, da sind große, große, große rote Typen. Die nichts aushalten. Oh. Okay. Der war wohl angeschlagen, der eine. Ich bringe den Zwerg, um den wir euch umbringen können. Das wird nix. Das wird nix, okay. Dich können wir töten. Hier können wir abkürzen. Und keine freundlichen Einheiten mehr. Sehr schön. Einfach töten. Oh. Ich wollte gerade sagen, einfach töten, um nachzudenken. Aber, ah, ah. So weit, aber ziemlich übersichtlich. Also, die Gegner sind echt nicht stark. Ist nur die Frage, wo genau wir hin müssen. Das hätten uns die Zwerge ruhig sagen können. Die hatten nur gesagt, wir haben einen Tunnel nach Liggen gefunden. Und so weiter und so weiter. Aber sie haben nix davon gesagt, dass sie da angegriffen werden. Und dass sie Zauberer hier sind. Und also was. Das sind dezent wichtige Details. Ganz schön viele Zwerge vor allem. Es sind mehr Zwerge hier unten als in der Zwergenstadt. Oh. Wow. Okay. Hier geht es anscheinend raus. In die richtige Richtung sogar raus. Mh, da. Also, da, 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 da. Da geht es raus. Okay. Und wir haben genug... Warum schießt da jemand immer wieder? Wow. Irgendjemand schießt auf die Zwerge? Nee. Da ist eine Falle. Oh. Ja, wir sollten der Falle nicht zu nahe kommen. Und die Zwerge stehen mitten in der Vorhalle. Und schon können wir nicht mal ordentlich schlafen. Hier. Holen wir uns in der Ecke aus. Buffen nochmal hoch. Und dann müssen wir an diesen sehr, sehr garstig aussehenden großen Jungs vorbeilaufen.